Sie sind es leid, in Microsoft Dynamics NAV zu drucken? Sparen Sie Zeit und Porto bei einer automatischen Verteilung von NAV-Berichten und Belegen mit Continia Document Output. Wie es geht, zeige ich Ihnen an einigen Beispielen. Zuerst zeige ich Ihnen, wie Sie neue und ungesendete Verkaufsrechnungen verteilen. Zuerst öffnen Sie eine Übersicht, in der Sie alle ungesendeten Verkaufsrechnungen sehen. Klicken Sie einfach den Button Alle drucken, senden und die Dokumente werden als versendet markiert und verschwinden aus der Übersicht. Für jeden Empfänger wird eine E-Mail erstellt und zusammen mit der angehängten Verkaufsrechnung versendet. Die Aufgabe lässt sich auch komplett automatisieren und als geplanter Service durchführen, zum Beispiel einmal täglich. Für Empfänger, die immer noch Berichte in Papierform erhalten möchten, sendet Continia Document Output die Berichte automatisch an den Drucker. E-Mail und Papierausdrucke werden gleichzeitig und in einem Prozess bearbeitet. Im nächsten Szenario zeige ich Ihnen, wie Sie dem Kunden eine Auftragsbestätigung senden, nachdem die Bestellung oder das Angebot zuvor in NAV erstellt wurde. Klicken Sie einfach auf Auftragsbestätigung, E-Mailen und Continia Document Output öffnet eine vorausgefüllte E-Mail mit Auftragsbestätigungsnummer, einem allgemeinen Text und der Auftragsbestätigung als PDF-Datei im Anhang. Sie können Ihre eigenen Anmerkungen hinzufügen oder zusätzliche Dokumente an die Nachricht anhängen, bevor Sie die E-Mail versenden. Im letzten Beispiel zeige ich Ihnen, wie Sie Continia Document Output beim Versenden von Kontoauszügen verwenden. Öffnen Sie zuerst eine Übersicht über alle Ihre Kunden. Wählen Sie dann eine Reihe von Kriterien, zum Beispiel die Einträge im ausgewählten Zeitraum und den Kontostand oder den fälligen Betrag. Anschließend müssen Sie nur noch einmal die Übersicht der Empfänger durchgehen und abschicken. Klicken Sie einfach auf den Button und alle Kunden erhalten Ihre persönlichen Kontoauszüge zusammen mit einer komprimierten Datei, die alle Verkaufsrechnungen und Gutschriften enthält. Auf diese Weise müssen keine Rechnungen erneut generiert und nochmal versendet werden, wenn der Empfänger seinen Belieb nicht finden kann. Das Zeitalter der langweilig aussehenden E-Mails ist vorbei. Mit Continia Document Output bekommen die Empfänger E-Mails mit ihrem einzigartigen Design und Inhalt. Und das Beste daran, Sie können Ihr Design ganz leicht in Outlook erstellen. Auf diese Weise können Sie Firmenlogos und Kampagnenbanner dynamisch in Ihre Textnachricht integrieren und Dateien wie Kampagnenmaterial oder Lieferbedingungen anhängen. Informationen aus NAV-Tabellen können mit Merchfields einfach angehängt werden. So können Sie jedem einzelnen Empfänger individuelle Inhalte senden. Und das Beste ist, Sie brauchen keine hochqualifizierten IT-Leute, um neue Vorlagen zu erstellen und zu bearbeiten. Das können Sie ganz allein. Sie glauben, der Aufwand am Anfang lohnt sich nicht? Überlegen Sie es sich gut. Continia Document Output liefert mehr als 10 gebrauchsfertige E-Mail-Vorlagen, die jeweils mit einem NAV-Bericht verknüpft sind und Informationen über den Empfänger enthalten. Sie müssen nur noch die E-Mail an Ihr Profil anpassen und es kann losgehen. Continia Document Output zeichnet sich durch attraktive Lizenzgebühren und eine rekordverdächtige Einführungszeit aus. Legen Sie jetzt los und lassen Sie sich noch heute von Ihrem NAV-Partner ein Angebot machen.